bei dir hat er sagt erz versuch erz machen wir mal versuchen wir mal erz ok ok objekte falle und dann kreatur feind mach halt so oh baby auch das ausgleich ja gleiche dann schreien wir gleich wieder auf kreatur nicht kirkte falle und dann feind kann man schwer kennen die nachrichten aber man kann die lesen man könnte sie lesen ich habe noch einen ne ich habe keine fahrers verkündet mehr der letzte lesen na gut er zerrte barriere naja kommen wir mal wieder hierher dann mache ich die lesen auch noch an ich bin mal überlegen sauber einstimmen schmeißen den einen raus und machen finsterer sturm hat einen hintergrund warum warte mal hier den schluss wir raus und machen den schweren hin dann haben wir nur drei zauber hier dann 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 Okay, hat nichts gebracht dazu. Was zur Hölle? Der nervt mich ein bisschen. Okay, der Sturm hat gar nichts gebracht, also ich glaube, die Idee, die Karte war nicht gut gewesen. Ich habe ein bisschen mehr erhofft. Bin ich ganz ehrlich. Dann machen wir... Versuchen wir das mal. Ah, ich überlege, Menschlichkeit zu nutzen. Klar, wüsst du mich. Ach man! Wie krass! Klar. Du bist der geilste überhaupt. Ey, du hast nur zwei Fähigkeiten genommen eingesetzt. Entweder rammst du den scheiß Schädel gegen mich oder machst du eine scheiß Pfote. Ich habe jetzt auch keiner mehr Fähigkeiten von dir erlebt gerade. Oh, ich kasse es! Ich stehe aber doch eh hier. Ja. 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 Dann würde ich jetzt auch nichts machen. Ich stehe auch nichts. mann der macht nur finden immer zeit bescheuert sie mag ich den nicht den boss hier den mochtig nie also das erinnert den den einer den ich nur durch seine bescheuerte abhau methode am meisten verabscheu der schweiß finden fähigkeit ich kann kommt kurz an und greift dich an und dann halt ab so sehen wir ihn hat nichts erbracht können das versuchen oder die hohe ist langsam Wieso piegt der nach vorne oder rutscht zu ihnen? Er wird tot. Klar. Klar, erwischst du mich. Kotz doch nicht aber hin hier. Rattenschwanz hat bekommen von den Penner. Gut, also war ja wieder klar, dass wir schwerer sehen, als wer carry muss. Ja. Ja. Nee, danke. Klar. Ja. 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 mal aber ich glaube der scheiße hey gavlan nicht glaube weiter normal muss ich den firma hier sein Dann verkaufen wir ein bisschen was Ja keine Ahnung, ich glaube ich verkauf aber nur das hier alles Was ich schon jetzt von einer Lornritter bekommen habe So müssen 1-Zeit-Weg-Beit-Arbeiten Jetzt behalte ich den Rest Welche Ringe Ja ich kann nicht Stufe 1-Ringe mal alle verkaufen Alle Stufe 1-Ringe sind Die können alle weg gleich Weil die für mich persönlich nichts bringt Die sind einfach nur Was das Inventar einfach Platz wegnimmt, aktuell Pfeile alle weg Weil ich keine Pfeile benutzen werde Ich glaube ich muss immer ein Pfeil einsetzen Merk ich gerade Aber die kommen halt Bisschen später So, alle was mit PVP zu tun hat Rekro verkaufen Äh Ich glaube das hier weg Folgt nicht Ja, ne Okay Das war eine Menge Na gut Gavlan, 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 was? Mit Gavlan? Gut Ja Ja Ich danke auch Für die ganzen Seelen Und jetzt sterbe ich und verliere alle mehr Seelen Ja Ja Wie war das? Gut Ich bin Noe Ich bin 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 die holischer stein holischer stein was von der normal verleid war von öelischen kräften was bringt man öelische kräfte jetzt sind wir hier licht steinbruch teslola ok dann wieder zurück und verbessern unsere skits erhebe dich wäre für käris ich bräuchte mal einen tausender so dann ich glaube das kann rüber so zwei knackig glauben aber sich es kann weg so rüber kurz mal für später wenn man verkaufen möchte und die bingglocken sind scheiße hohe nicht hohe nicht hohe nicht so hat die zauber die zauber die überhaupt nicht bräuchte was ist das hier menschenvertrauenverlust er schafft einen warmen regner anlockt ist mir egal das könnte nein das bräuchte ich ich weiß nicht alles rein was ich überhaupt nicht brauchen könnte das bräuchte offenbar und diese wunder spürt macht den nächsten fein oder einde sichtbar das bräuchte bräuchte das bräuchte verlorenen wundern nur in der kraft der toten vor dem verfall bewahrt fügt leere höhlen schweren schaden zu hat aber sonst auf niemanden eine wirkung das ist für später das ist eine schockwelle einfach nur versteht leben aber nur leben bekomme ich dann wenig tp ist mir wenig äh rollsteigt das noch ich glaube nicht mehr chameleon ist auch uninteressant für mich der stößt nur gegner weg und die seelenfeile sind zu schwach das rest behaltigt nochmal ok hier lasse ich alles und so reicht wo bin ich denn jetzt äh nicht stellen wo zeldo zeldo oder ok zeldo auf auf w w in oh w w w Ich hab nichts in der Ostehung. ich könnte auch mal ein Visier, natürlich nicht ich will erstmal die Gegend hier clearn warum schießt denn der zwei Pfeiler ab, was für eine Frechheit oh hallo schwein schweine sorry, dass ich eure kleinen Verwandten natürlich angegriffen habe hier Finsternest schweine 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 glatterseitiger stein glatterseitiger stein können geruchblech ab hier mal aber erst später jetzt fragen mich ist der sauber und stärker wenn ich jetzt zwei nicht mache ich habe vierhundert Okay, kann ich nicht so kaputt machen, also muss ich versuchen oder zu springen das wird jetzt leider lustig ach verdammt das macht wieder spaß er hat auch mit mir spaß ich hab spaß ich hab spaß ich hab gas ich hab gas waren das welchen winkel will ich denn rein springen natürlich nicht in der richtung einfach rennen einfach rennen na gut wird so weil wasser ohne weisheitsstab und finster gamaschen kontrollieren wir mal nach äh der verlassenen hier gamaschen eines von den finsternes überwältigenden grittern okay unwichtig aber nur ein stab weisheitsstab er erlaubt warte mal stapelungen beschleunigte verzauber kann nicht wirken hexerei der kristall äh an der spitze des stapels stärkt die zauberkraft enorm sein kristall macht diesen ohnehin feind gefährt den stab noch effektiver er wurde im laufe der zeit mächtige magie auf hochglanz gebracht jetzt überlege ich aber 50 intelligenz brot für den stab 50 ja dann kann ich ja lange warten hss skaliertet ja ich lasse immer noch meinen anfangsstab hab ich alles hier außer da oben lootungspfeil ja warte erstmal also kann ich jetzt mal welche hinsetzen um meinen zauber hier aufzufüllen ein Vielen Dank.